Noch eine Woche warten, dann ist es wieder soweit. Ein neuer DLC für Fallout 4 wird am 26. Juli veröffentlicht. Vault-Tec Workshop. Wir haben bereits vor kurzem ein Video mit ersten Infos dazu gemacht, doch Bethesda hält uns mit neuen Infos und Leaks bei Laune, also Zeit für ein Update. Geleakt wurden kürzlich zum Beispiel die Erfolge, also nicht nur der Name, das sieht man ja schon bei Steam, sondern auch die Aufgabe, die man dafür erfüllen muss. Neue Infos gab es außerdem bei einem Livestream, welcher als Video beim YouTube-Kanal von Bethesda veröffentlicht wurde. Link natürlich in der Beschreibung. Und um diese Sachen soll es im Folgenden gehen. Wir wollen zunächst aber ein Wort der Spoiler-Warnung verlieren. Die Informationen sind teilweise sehr detailliert und verraten einen großen Teil dessen, was man zu erwarten hat. Wer recht spoilerfreie Infos will, der sollte auf unser Video zum Release in der nächsten Woche warten. Wenn ihr euch den Livestream, also dieses Video, was da unten verlinkt ist, nochmal anschauen wollt, es ist ziemlich lang, nicht besonders spannend, sage ich mal, von der Aufmachung her. Aber natürlich sind die Inhalte sehr interessant. Aber ich habe es jetzt halt mal für euch übersetzt und zusammengefasst, also schauen wir uns das Ganze mal an. Sobald man Level 20 ist, empfängt man ein Radiosignal, das einen zu Volt 88 führt. Man kann natürlich auch schon vorher dorthin gehen, wenn man es dann schafft. Und ihr könnt natürlich jetzt schon in Vorbereitung dorthin spazieren und die Gegend darum herum sozusagen freiräumen. Dann könnt ihr quasi dorthin direkt schnell reisen, wenn der DLC erscheint. Der Außenbereich sieht aus wie ein ganz normaler Steinbruch, ähnlich wie der Außenbereich von Dunwich Borbers und wird von Raidern besetzt. Die versuchen reinzukommen, schaffen das aber nicht, denn sie haben halt keinen Pip-Boy. Man ist ja selbst so ziemlich der Einzige im Ödland, der noch einen hat und sozusagen auch denn der Einzige, der diesen Volt öffnen kann. Im Inneren lauern zunächst nur einige wilde Gule. Das waren wohl offensichtlich die Bewohner des Volts. Nachdem man sich um sie gekümmert hat, kann man die Volt dann schon in Betrieb nehmen und anfangen zu bauen. Arbeitet man sich dadurch ein paar Müllberge durch, offenbart sich dann eine riesige Höhle mit Baumaschinen, Materialien und viel mehr. Man sieht, dass die Volt offensichtlich noch im Bau war und wenn man dann die vielen Seitengänge freiräumt, bekommt man Zugang zu einem noch viel tieferen Dungeonsystem, in das man dann auch hineinbauen kann. Bethesda verspricht eine ganze Menge von Gegnern da drin, halt ein regelrechter Dungeon sozusagen und Überraschungen sollen da durchaus auch auf einen warten. Es ist daher nicht nötig, sich Materialien von außerhalb zu besorgen. Ihr müsst jetzt also nicht schon mal ordentlich Materialien horten für diesen DLC. Es gibt mir jetzt genug Zeug zum Verwerten. Auch startet man bereits mit einem Reaktor, der einem dann 150 Energie liefert. Was wir im Stream auch erfahren haben, ist, dass man sich um die Verkabelung des Volts keine großen Sorgen machen muss. Die Vault-Teile verteilen den Strom automatisch. Man kann sich also vorstellen, dass die Kabel schon in den Wänden verlegt sind. So leuchten beispielsweise Lampen, die man an diese Wände baut, automatisch, was dann das Bauen doch deutlich bequemer macht. Auch wird im Livestream ein bisschen was zu den Experimenten verraten. Man sieht da Leute auf einem Fahrrad, die sozusagen gezwungen werden, Strom zu erzeugen. Und naja, gut, man kann entscheiden, ob man diese Experimente, die man mit den Bewohnern macht, eher auf eine gute oder eher auf eine böse Art und Weise macht. Wie bei normalen Siedlungen gibt es auch wieder verschiedene Berufe für die Bewohner, hauptsächlich die Farmer und die Wachen. Über einen Terminal kann man die Berufe da ganz bequem zuweisen. Man muss also nicht die untätigen Bewohner suchen. Und ich bin mal gespannt, ob dies auch bei anderen Siedlungen funktionieren wird. Wäre ja nicht verkehrt. Und wer sich schon immer fragte, wo sind jetzt eigentlich hier meine Begleiter hin, wo habe ich die jetzt nochmal hingeschickt, der bekommt mit dem Aufseher-Terminal hier auch die Möglichkeit, die Leute wieder im Irrtland zu finden. Der VIP-Tracker macht es möglich, dann sieht man die Leute wie bei einer Quest, auch mit diesem Pfeil dann wieder. Und ja, so kann man sie dann halt problemlos wiederfinden. Auch die neuen Erfolge sind bereits bekannt. Bei Vault-Bewohnern zum Beispiel muss man einen Bewohner mit einem Vault-88-Anzug und einem Pip-Boy ausrüsten. Wir wissen jetzt also, wozu diese Pip-Boys da im Allgemeinen gut sind. Im letzten Video haben wir noch drüber gerätselt. Ja, und wahrscheinlich bekommt man diesen Erfolg dann eigentlich fast zu Beginn, also vielleicht nach einer halben Stunde Spielzeit. Außerdem wird man nicht einfach so Aufseher. Auch dazu gibt es einen Erfolg und im Stream sieht man da erstmal einen weiblichen Ghoul, der nicht wild geworden ist und sie war wohl einst der Aufseher des Vaults und ist es dann auch erstmal. Und wahrscheinlich muss man hier der Questline bis zum Ende folgen, also Leute ranholen, Experimente machen, Gebiete freiräumen, um sich dann den Titel des Aufsehers zu verdienen. Für den dritten Erfolg, ein besseres Leben im Untergrund, muss man alle Baubereiche im Untergrund freischalten. Ja, und gegen Ende des Livestreams sieht man dann einen Vault mitten auf Spectacle Island, die Insel da unten rechts. Ich komme jetzt gerade nicht auf den deutschen Namen. Ja, und sie empfehlen zwar am Anfang, dass man erstmal an Vault 88 ein bisschen bastelt, wahrscheinlich um der Questline zu folgen, aber das Besondere ist, dass man halt diese Vault Sachen überall bauen kann, also überirdisch bei irgendeiner Siedlung. Ihr könntet also eine Vault mitten, also eine oberirdische, mitten in Sanctuary bauen zum Beispiel, was jetzt allerdings vielleicht nicht so empfehlenswert wäre. Jedenfalls ist die Liste an Items wirklich gigantisch. Ihr habt jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit, so ziemlich alle Möbel zu bauen, die man im Spiel je gesehen hat und hier kommen auch viele neue hinzu. Vor allem sind das allerdings saubere Versionen bereits bekannter Möbelstücke. Man kennt ja, wenn man so die Vaults besucht, dass dort alles recht gut erhalten ist, dass die Möbelregel recht glänzen. Ja, und jetzt könnt ihr auch diese bauen. Und natürlich muss man auch nicht unbedingt die ganzen Tunnel, die man dort freilegt, mit Vaultstücken bauen. Man könnte ja auch überlegen, eine unterirdische Stadt zu errichten, statt eines Vaults. Ja, Release ist wie gesagt am 26. Juli, also wieder Dienstag, wahrscheinlich zwischen 0 und 2 Uhr morgens. Sollte dieser Fach sein und auf den Moment warten, wo es losgeht und dann lädt es nicht runter. Da kann ich nur empfehlen, mal Steam neu zu starten. Das war auch zumindest bei den vorherigen DLCs immer so. Und ansonsten einfach ein bisschen Geduld waren. Wie gesagt, ich denke mal 2 Uhr morgens sollte es dann spätestens soweit sein. Wenn es soweit ist, werden wir natürlich wieder einen Testbericht liefern und das ein oder andere Gameplay-Video zeigen. Allerdings natürlich dann im Laufe des Vormittags und des nächsten Tages vielleicht auch ein Stream. Um das nicht zu verpassen, müsst ihr natürlich einfach nur den Kanal abonnieren. Ich freue mich darauf. Bis dahin.